Dieser Döner hat einen Stern und dieser hat fünf Sterne. Aber wo ist der Unterschied? Ich starte mit dem schlechteren. Wie du möchtest, wie du es essen würdest. Ich sehr scharf essen. Ja, okay, dann mach sehr scharf. Wenn ich das mal nicht bereut habe, innen sah es nach einem typischen Dönerladen aus. Oh Mann, bin ich gespannt. Wie viel kostet der? Ich bin zuhörig. Inflation hat hier nichts zu melden. Und so sieht das Schmuckstück aus. Wie es sich auch gehört, esse ich Döner mit Gabel. Ha, wahrscheinlich, oder? So isst man den. Naja, nicht ganz so. Mann, bin ich blöd. Kurz sauber machen. Der Döner war anders. Drei Sterne. Auf geht's zum Luxusdöner. Könntest du mir einmal den besten Döner machen, den du hinkriegst? Besten Döner, ja. Der Laden ist klein, aber fein. Mit einer schönen Außenterrasse. Der Döner wurde mit Liebe gemacht. Wie ein Gemälde. Oh, warte, ich hab vergessen zu bezahlen. Ich hatte voll vergessen zu bezahlen, ne? Ich hatte gleich noch ein Stück. Ja, okay, nicht. Doch schmeckt er auch so gut, wie er aussieht? Aber vorher abonnieren. Sorry für meine Manieren. Okay, ich würde dann sogar 10 Euro machen. Das war no joke, somit der beste Döner, den ich seit Jahren gegessen habe.